Auf Bier zu verzichten, kommt für den 39-Jährigen nicht in Frage. Auch wenn sich Stefan inzwischen Gedanken über seinen Alkoholkonsum macht. Ich liege so bei 6, 7 Dosen, also oder Flaschen eher gesagt, liege ich am Tag. Und das geht, ich bezahle hier für 2 Dosen ungefähr 1,05 Euro und so und das ist in Ordnung. Und ja, bei 6, 7 Stück hält sich auf jeden Fall genau um Grenzen. Morgens trinke ich ja schon gar nichts mehr. Erst ab dann, wenn ich spazieren gehe, dann trinke ich eigentlich immer erst ein Bier. Ich muss ja langsam damit aufhören und ich will ja auch noch mit der Arbeit das alles hinkriegen. Deswegen kann ich doch schon nicht morgens die ganze Zeit saufen. Und deswegen will ich ja auch mal ein bisschen klar im Kopf rumlaufen. Die guten Vorsätze für ein geregeltes Leben sind da. Nachdem der Herz-IV-Empfänger erkannt hat, dass Alkohol ihm vieles kaputt macht, will er versuchen, davon loszukommen. Auch Socke zuliebe.